Made with Unity Äh, Colorblind So, Farblind bin ich nicht Audio kann man ein paar Sachen einstellen, sind mir egal Und Keybindings kann ich bloß sagen, Jump und Cycle Colors So, deswegen würde ich eigentlich auch direkt mal sagen, hey, wir legen doch mal los Und wir beginnen mit dem Tutorial Tutorial Mit dem ersten, bitte Press Y to jump Ich drücke Y to jump Es funktioniert super gut Hm Also, es ist super geil Okay, wir machen Z zu jump Dann machen wir halt T Passt Passt Wir fangen nochmal an Tutorial So So, Options Dann würde ich mal sagen Keybindings Und dann würde ich hier sagen Q Und dann würde ich hier sagen W So So Auf der Querztastatur völlig in Ordnung So Dann fangen wir an Campaign Go Äh, Campaign Go Tutorial Und Tutorial Und Und der mag einfach gar nicht meine Tastatur So Völlig unabhängig davon, was ich drücke So, gut, wir probieren es noch einmal Und wir probieren es jetzt noch einmal mit der Ähm Mit der normalen Kampagne Und der ersten Karte im Dschungel So So Ich kann die Farbe nicht wechseln Ich kann nicht hüpfen Und ich muss so schnell laufen wie der, wie der läuft Und wir gehen mal zum Main Menü Immerhin kommen wir da jetzt hin Vorher sind wir da ja nicht hingekommen Ähm Das heißt unter Linux ist Lumen ein bisschen für den Arsch Schlicht und ergreifend Das muss ich jetzt wirklich Eiskalt mal so formulieren Wir können nochmal hier Campaign sagen Wir können nochmal Tutorial sagen Und wir können nochmal eins sagen Ich würde sagen, hier kann ich jetzt Escape drücken Okay, dann machen wir mal weiter Escape, okay Aber sobald ich hier hin komme Kann ich kein Escape mehr drücken Ich kriege ein Overlay Ich kriege das Overlay nicht weg Ich kann zurückdrücken, ich kann alles mögliche drücken Für'n Arsch Schlicht und ergreifend einfach Für'n Arsch Schade, das Spiel war so ein bisschen wie Schein Ich mag so Sachen wie Schein Man könnte offenbar den Lumen nicht Ähm Sondern der ging halt jeweils so schnell wie es ging Aber Punkt halt nicht Insofern Muss ich mal sagen Für'n Arsch So, sorry Sorry an der Stelle für Ja, ähm Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit Wünsche euch noch eine tolle Zeit Cheerio mit O Kauft kein Lumen Ehrlich nicht Und wenn Wenn ihr unbedingt Gucken wollt, was das jetzt für ein Scheiß war Besorgt euch die Für Windows die Version Besorgt euch vorher die Demo Guckt, ob Ihr die überhaupt steuern könnt Und Falls nicht Kauft kein Lumen Ganz ehrlich nicht Gut, in diesem Sinne Cheerio mit O Ciao Ciao